Ja, wo ist der Krusat-Tempfer? Ist ne coole Map? Ich glaube, die Sniper ist ne Mark of Volusia, oder? Geht so. Ich stelle mich sicher, wenn ihr Sniper alles weiter passiert. 2 auf B, let's go. Da sind wir erst ne Klone, Alter. Wo sind die Kleid von hier oben? Trifft ja gar nix. Hebe, er wird mit Angriff snipen. Uff. Er ist ja unmöglich, von hier aus hab ich was gesnipt. Oh, ich hab was gesnipt. Boah, das ist ja mies am Stich. Uff. Uff. Und? A wird angekratzt. Okay, A wird ein bisschen übergefälter grad. Ich bin gefühlt auf der anderen Seite des Spielfelds. A sieht aber gut aus noch. Ey, wer schießt denn da? Ihr schießt! Seid von Dach aber auch noch welche. Dann kommen da Klone von nach vorne. Nein. Lass dich zu bewegen. Lass dich zu bewegen. Lass dich zu bewegen. Habe ich dich. Ey, ich mach das. Aua, au. Ey, die mit den Schutzschilden, Emma. Das nervt doch. Normalerweise sind die alle Warned mit den Schutzschilden. Oh, den Klone hat sie ab bei B. Ich hab nicht meine Ionenverbesserung auf meine Waffe drauf gerade. Ich hab trotzdem alles drauf, was ich hab. Ey, was? Das geht trotzdem voll hoch mit der Waffe. Ich kann nicht diesen Panzer nehmen mit der erste Panzer. Ja moin, dann fahr mich mal ein bisschen runter. Äh, was? What? Sorry. Das geht nicht. Der war 20 Meter unter mir und ich war quasi direkt über ihm so. Und er hat mich aber abgeschossen, ne? Man kann mit dem Panzer so nach oben aimen. Okay, jetzt kommt die Rache, mein Freund. Jetzt kommt die Rache. Jetzt nehm ich nämlich den Panzer. Aber der mit dem, also der Klon-Panzer ist recht mobil, würde ich sagen. Ja, aber du kannst doch mit dem so Ultrascheiße nach oben und unten aimen, weißt du? Und ich stand direkt mit dem Klon-Panzer. Also mehr als mit dem anderen. Jedenfalls ich stand quasi direkt vor ihm, aber halt 20 Meter höher und der hat mich weggeschossen, Das ist crazy. Ja, das geht nicht, ne. Ja, eigentlich nicht. Hm, naja, naja. Oh, bock das. Oh, bock das. Oh, bock das. Alter. Wie viel halten die aus, bitte? Ey, den wollte ich schon nehmen. Du warst nicht mit, warst tot? Sie machen so viel Damage? Der hat nicht so viel Leben, war du? Ach, das war der, das war der eine Klon-Kommando-Dude. Die machen ja übel viel Damage. Ja, ich war einfach nur aufwachen, ne? What? Ey, verpässt ja nicht. Wo bist du? Auch da bist du. Erhalten, Kopfgeldjäger, Unterstützung. Was ist hier? Ups. Eine Bombe habe ich ein bisschen am Leben gefeuert. Ey, halt auf mich zu targeten. Ich muss mich healen. Ich kann nicht nach unten, ey, mit der Waffe. Wir kommen von hinten. Ah, da ist Yoda. Ah. Ah, Klon-Kommando. Ui. Ah, ja, ja. Ich kann nicht schießen, meine Waffe ist überhitzt. Ne, da ist auch geboxt. Oh, ja. Mit der Waffe kann ich ihn da unten heben. Ist doch scheiße. Oh, und da sind wohl ein paar. Ah, okay. Ja, drückt, ne? Wir mit klopfen Fähigkeit. Ja, ja. Schieß drauf. Das könnt ihr auch schaffen, hallo? Ja, ihr seht. Ah, das ist gerade vor mir. Oh, oh, oh. Bam. Er ist down. Wie habe ich es jetzt überlebt? Ich war 20 Milliarden Klone und Yoda. Oh, da. Äh, wir müssen vielleicht B verteilen. Gehst du überall B? Ich erschließt einfach alles rein, was ich hab. Ich geh über B? Ich geh über B? Ich werde von überall beschossen. Boah, das ist ja auch noch einer. Ne, ist der Klon-Panzer. Ich muss hier verzeidigen. Alter, was ist denn das für eine Apokalypse da unten? Ähm. Panzer? Äh, hallo? Der rammt mich einfach mit seinem Klon-Panzer. Wer ist er? Weg mit ihm. Fuck den. Warte, ich habe nur das, wenn man rollt mit diesem Roll-Dingsbums klar. Mit der Rolle. Und dann kann man einfach nicht mehr aufhören zu rollen und dann fährt er so lange hoch und dann... Nö. Ich kann mit Panzer eigentlich auch mal Leute überfahren. Ich nehme damage davon. Ne, wie nicht. Ach, du bist du Edeka. Hey, der ist actually ziemlich stark, der Edeka. Also für mich zumindest, ne? Ja, der ist. Ich bin schon stark. Nö. Digga, wie viel Klon-Panzer haben die? Seht aus wie Kenobi. Wie viel Klon-Panzer habt ihr bitte noch? Ich höre Kenobi. Ja, der ist hier. Haben wir Panzer? Oh no. Der ist fast down. Kenobi ist fast down. Ich glaube ich habe ihn. Yes. Ich hab ihn kill. Und er ist down. Das ist nice. Was macht die erste Fähigkeit? Ach so. Digga, da ist der nächste Panzer. Ich kann auch nicht nach unten aimen hier. Warte. Jetzt muss er. Ich werde das endlich überleben. Ich bin ganz slow. Ich bin ganz slow, aber mit dem Panzer nehme ich noch mit. Jetzt er ist down. Alter. Wie viele? Der dumme Wand hier. Der lockt die Hälfte meiner Schüsse die ganze Zeit. Kann man nicht nach unten aimen hier. Nächster Klon-Panzer am Start. Natürlich. Nee, ich muss raus. Und ich bin down in 3, 2, 1, 1, 1. Und 160 Leben noch. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Jetzt musst du sterben, weil da kann ich nicht nachspawnen. Nee, nee, nee. Ich habe nur 160 Leben die ganze Zeit. Na gut. Bitte still. Ich bin auch Panzer. Das geht nicht so schnell. Du musst. Warte mal. Doch, ich sterbe. Ich, äh... Und ich höre Annie. Aber Annie mache ich. Und ich höre Annie. Panzer schließt mich ab. Und Annie ist... Nicht down. Ich schließe ihn ab. Ihr habt keine Ahnung mit wie wir... Hey. Ich denke nicht. Ist ungefähr da noch 2 Milliarden Tote dabei. Höh? Ich bin gestorben. Egal. Genug Punkte zum Nachspawn. Ey, wir haben eine Verlängerung. Scheiße wegen... Weil A ist... A ist am Arsch. Ich nehme jetzt Boss und baller einfach den Nahtwerfer durch. Wir müssen jetzt A schnittieren. Wenn wir A jetzt clean haben wir gewonnen. Ist der dumm? Was macht der? Der Block gegen mich. Dann steht gegen Panther. Ja, der ist doch dumm. Ich warte jetzt in die Luft hier. Oh Gott! Er warte mich in die Luft. Nein! Ich bin schneller als er. Oh Gott, ich habe ihn. Ich bin auch fast gestorben. Ich möchte ein Healding eigentlich drin von... Ah, Panther. Wir müssen... Ah, jetzt... Jetzt sofort... Dingsen... Äh... Klären. Weil sobald A ist hier ist, haben wir gewonnen. Ich bin gestorben. Oh, das ist ein Pumperz aber den... Ja, gut, das war's. Ja, tschüss. Ich habe auch einen Panther. Ich bin schnell fertig gestorben. Der Andy ist oben auf jeden Fall. Okay. Der Andy hat ja auch eine Menge Feuerkraft oder sowas ja nicht. Aber Gott! Hier kommen auch einige Klone. Ach du Scheiße, die kann die Klone. Hier, wir haben Boss auf jeden Fall der Wind. Nee, jetzt spawn ich schneller als ich die killen kann. Und hier ist Chuu. Oh Gott, 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 no! Er war so low. Ich muss zu B kommen. Ja. Oh, das muss man sein. Ja, er fällt hoch. Wow. Was? Der hat mich überfahren. B ist ganz kritisch gerade. Wow, das ist schon nicht gewesen. Kommt hier auch noch irgendwo, die Viecher. Der hat so wenig Ausdauer. Ey. So schlau, so schlau. Oh, ja. Boah, ab den Schredder mit dir, du scheiße. B ist ganz knapp vom erobert werden. Ja, das ist wirklich ganz knapp. Wir stellen mich mal hier drauf. Ja. Ich war jetzt extrem scheiße. Ich habe auch echt nicht gut performt diese Runde. Guck mal, 13.000 ist nichts. Ja, ich habe auch 27.000. Ja, der Boss war ja uns zählen. Ja, 43.000. Aber Panther ist eigentlich verstanden. Okay, wir beenden mal. Ähm. Ja, da sind wir auf jeden Fall. Ja, da sind wir mit uns zählen. Wie ist die Runde des Böden? Wie ist das so 88 mit dem? Ja, da sind wir jetzt mal bei dir. Also bis jetzt mal bei uns. Ja, da sind wir mit uns zählen. Ja, da sind wir mit uns.